Hallo, hallo, ja. Eine Schülerin aus der Kunstklasse singt für euch und spielt dazu Gitarre. Einen großen Applaus für Fiona. Kommt, wir gehen. Komm, Süße. Amelia? Süße, komm. Hallo, Amelia. Kommst du? Ja. Bleibt doch bitte, Fiona hat für diesen Song eine Menge geübt. Wollt ihr euch das Lied nicht einmal anhören? Bitte, bitte, setzt euch doch wieder hin.